So, hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Let's Play, wo ihr allein möchtet. Ich bin schon mal wieder zurückgegangen. Äh, hab das falsch gemacht. Ich hab gedacht, weil ich so ein, zwei rufen immer so an, dass ich da nicht hab zu hören. Äh, ich starte jetzt einfach mal kurz. So. Äh, die und Horrorgames alleine, das ist so glatt. Äh, ein Bunker. Oh Gott. So, ich, äh, ich starte dann mal kurz. Da ist gut. Hier wird schon gelacht. Ihr seht mein Finger da soerweise irgendwie ein bisschen. Weiter, 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 weiter. Sorry. Ey, das ist so so. Da kommen wir auch noch ein paar mehr. Jetzt im Gericht. Ich kann sagen, wer, das ist. Ich könnte gleich nicht arbeiten bleiben. Ist aber auch noch gar nicht. Aber ich hab ja noch jetzt an dich einfangen. Oh, da ist der Ausgang. Hey, ich habe immer das Gefühl, ich bin extrem langsam. Oh, ich habe vergessen, mir erinnert wurde. Ich glaube, ich habe jetzt einfach mal dem anderen Vogel hier hinterher. Ah. Nein, nicht mir. Ah, du Arschloch. Jetzt halten Sie mich. Vergisst du mich auch. Ich habe mich schon gefreut, ich dachte, ich renne da an. Ich habe mich schon gefreut, ich dachte, ich renne da an. Tschüss. Hey. Höj! Es ist cool, dass man hier totkommt, auf die anderen Seite machen, aber ich werde es nicht. Äh, ja. So, ähm, ich würde sagen, man spielt jetzt nochmal eine Wunde. Und ich glaube... Ich habe noch mal eine Wunde. Sehr gut, hat er eigentlich verstanden. Ähm, okay. Es tut mir leid, wenn ich hier noch ein bisschen mit der Kamera rumspiele. Ich muss erstmal die richtige Einstellung machen. Ähm... Äh, ja. Auf welchen habe ich jetzt die Energie dabei? Okay. Okay. Da... Oh, da war ich ja noch ab. Ich bin wieder drauf. Da gehen wir auch mal hin. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja.